In dieser Aufnahme kann man sehen, wie ein Polizist nicht nur mit voller Absicht viel zu schnell fährt, sondern auch, wie er dabei eine unschuldige Zivilistin erfasst. Dass er danach einfach weiterfährt und sich über sein Opfer kaputt lacht, macht das Ganze noch schockierender. Aber sie ist tot. Tatsächlich hatte dieser Fall fatale Folgen und zeigt, dass auch Polizisten komplett falsch handeln können. In diesem Video wollen wir euch daher neben diesem auch noch einige andere Fälle zeigen, in denen Polizisten live dabei gefilmt wurden, wie sie erschreckende Dinge gemacht haben. Es geht unter anderem um Alkoholkonsum im Dienst, krasse Diebstähle oder auch regelrechtes Mobbing. Wenn ihr also sehen wollt, wie heftig es enden kann, wenn sich Polizisten über das Gesetz stellen, dann bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wollen wir mit einem Fall, der sich 2021 im kleinen Smith County in Texas abgespielt hat. Damals wurden die beiden Sheriffs, Harris und Banks, zu einem Vorstadthäuschen gerufen, das von den Beamten geräumt werden sollte. Anstatt die Gegenstände des Hauses jedoch ordnungsgemäß zu verstauen, hatten Harris und Banks ganz andere Vorstellungen. Banks wollte dafür sogar die eigene Bodycam ausschalten, fuchtelte jedoch so ungeschickt an der Kamera herum, dass sie sie sofort wieder einschaltete. Als sie dann in einem Abstellraum mehrere Uhren fanden, dachten sie, sie könnten mal eben selbst schnelle Beute machen. Es kam jedoch noch krasser. Die beiden Sheriffs fanden nämlich etwas, was sie eigentlich sofort in die Asservatenkammer hätten bringen müssen. Neben Uhren und harten Substanzen ließen die beiden es sich außerdem nicht nehmen, ein bisschen Bargeld mitzunehmen. Bis hierhin hatten die beiden Sheriffs also sämtliche Regeln einer ordnungsgemäßen Räumung missachtet. In richtige Schwierigkeiten kamen sie jedoch, nachdem sie den anderen anwesenden Polizisten von ihrer Tat erzählten. Einer von ihnen sagte dann etwas, das wirklich krasse Konsequenzen haben sollte. Spätestens jetzt war die Sache klar. Die anwesenden Polizisten hatten nicht nur unerlaubt Gegenstände aus dem zu räumenden Haus gestohlen, anscheinend hatten sie auch noch die Absicht, mit dem ohnehin schon illegalen Diebesgut auf verbotene Weise Geld zu verdienen. Da Sheriff Banks jedoch nicht in der Lage war, ihre Bodycam auszuschalten, wurde der ganze Fall intern recht schnell entdeckt und aufgearbeitet. Dies brachte ihr selbst eine Strafe von 18 Monaten auf Bewährung ein. Ihr Partner Sheriff Harris wurde hingegen zu 5 Jahren Bewährung verurteilt und musste 10.000 Dollar Strafe bezahlen. Dass beide zudem ihren Job verloren, versteht sich natürlich von selbst. Schreibt uns an der Stelle mal in die Kommentare, ob ihr diese Strafen für angemessen oder für zu hart oder zu mild haltet. Wir sind gespannt. Eine ganz andere Geschichte hat ein Polizist namens Scott Burtzik erlebt. Dass es als Polizist zum Tagesgeschäft gehört, andere Autofahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit zu kontrollieren, sollte ihm als Polizeichef eigentlich bekannt sein. Dass man sich als Polizist aber selbst zu gefährlichen Verkehrssünden hinreißen lässt, ist dabei umso schockierender. Nach einer Silvesterparty am 1. Januar 2021 war Burtzik in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem zum Glück niemand zu Schaden kam. Als junge Polizisten dennoch den Tatort inspizierten, fiel ihnen etwas an ihrem Boss auf. Scott Burtzik war offensichtlich sehr betrunken. Ein Umstand, der am Steuer mit schweren Verkehrsunfällen schnell zu langen Haftstrafen führen kann. Während die Situation für die junge Polizistin spürbar unangenehm war, wurde sie für Scott Burtzik langsam aber sicher zum echten Problem. Er merkte nämlich, dass alles hier gefilmt wurde. Der anschließende Alkoholtest bestätigte dann, was alle Beteiligten eigentlich schon längst wussten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Den beiden Polizistinnen blieb keine andere Wahl, als ihren Chef mitzunehmen. Der wiederum befürchtete schon das Schlimmste. Doch nach einem schnellen Verfahren kam er vergleichsweise milde davon. Scott Burtzik wurde nämlich lediglich zu 50 Sozialstunden, 1000 Dollar Strafe sowie einem sechsmonatigen Führerscheinentzug verdonnert, da er ja nur Gegenstände beschädigt und keine anderen Menschen verletzt hatte. Mit der Peinlichkeit, von seinen eigenen Angestellten verhaftet worden zu sein, muss er jedoch für immer leben. Der nächste Fall behandelt ein Problem, das es gerade in der amerikanischen Polizei immer wieder gibt. Und zwar Rassismus. Diese Polizistin wurde live dabei gefilmt, wie sie einer Frau ins Gesicht schlug. Doch was war passiert? 2022 wurden in der amerikanischen Kleinstadt Toledo mehrere Polizisten zu einem Einsatz auf einer Hausparty gerufen, die manchen Nachbarn zu laut war. Dabei begann alles zwar sehr aufgeheizt, jedoch schien die Situation zunächst unter Kontrolle. Auf den Bodycam-Aufnahmen war zunächst nicht ersichtlich, dass die Partygäste in irgendeiner Form gewalttätig wirkten oder auf Konfrontation aus waren. Die Lage eskalierte jedoch komplett, als ein Polizist wahllos Leute verhaften ließ. Schnell wurde klar, dass die Beamten anscheinend einfach nur einige dunkelhäutige Partygäste verhaften wollten. Dass sich einige der Verhafteten dabei anfingen, über die Willkür zu beschweren und sich nur widerwillig verhaften ließen, stachelte einige der Polizisten nur noch weiter an. In der Zwischenzeit schalteten sich nämlich einige Nachbarn ein, wobei ein Polizist diese mit gezückter Waffe bedrohte. Dem Ganzen setzte jedoch eine Polizistin namens Ashlyn Pluff die Krone auf. Sie hatte in der Zwischenzeit nämlich eine Frau an Handschellen gefesselt, die sie nun mit einigen Kollegen zum Streifenwagen führen wollte. Dabei rastete sie jedoch komplett aus und schlug der Frau wie schon gezeigt ins Gesicht. Was sie dabei nicht wusste, die verhaftete Frau war niemand Geringeres als die olympische Boxerin O'Shea Jones, die 2020 sogar Bronze bei den Olympischen Spielen gewann. Als Person des öffentlichen Lebens fiel es Jones dann nach der Verhaftung deutlich leichter, eine Klage wegen Polizeigewalt einzureichen. Zwar ist das Urteil in diesem Fall noch nicht gesprochen, Es könnte jedoch gut sein, dass vor allem Ashlyn Pluff mit einer harten Strafe wegen Polizeigewalt und gegebenenfalls auch Rassismus rechnen muss. Zum Abschluss wollen wir nun nochmal auf den schockierenden Fall vom Anfang des Videos zurückkommen. Tatsächlich war es nämlich so, dass der Polizist namens Ordera aus Seattle eine völlig unschuldige 26-jährige Fußgängerin überfahren hatte. Nachdem er am Tatort nicht anhielt, sondern weiterfuhr, gab sein Kollege und Beifahrer zunächst Folgendes an die Polizeizentrale weiter. Das ist nicht aus Kontrollen. Das ist nicht schuldig für einen Traindriker. Die Polizisten versuchten so zunächst, die Schuld auf das Opfer zu schieben. Dass sie sich danach jedoch über die junge Frau lustig machten, zeigt, wie sie über diese Tat wirklich dachten. Aber sie ist tot. Am Ende verhöhnte der Polizist sogar noch die Hinterbliebenen der Frau, indem er sich über Schadenszahlungen an sie amüsierte. Ja, einfach einen Schaden. 11.000 Dollar. Sie war 26, sie hatte eine限artige Wert. Ein derart menschenverachtendes Verhalten hat für viele wohl das Vertrauen in die örtliche Polizei erschüttert. Für den Polizisten hatte das Ganze jedoch ein böses Nachspiel. Nachdem er sich nämlich über die ganze Tat kaputt gelacht hatte, fiel ihm auf, dass seine Bodycam noch an war und all seine Kommentare aufgezeichnet hatte. Nachdem zudem der Tatort genauer untersucht worden war, wurde deutlich, dass diese Aktion nicht ohne Folgen bleiben kann. Aktuell läuft daher ein Verfahren wegen Totschlags gegen ihn. Auch wenn dieses Video Polizisten in ein sehr kritisches Licht rückt, wollen wir an dieser Stelle aber auch nochmal betonen, dass derartiges Fehlverhalten natürlich eine absolute Seltenheit ist und sehr viele Polizisten, im Gegensatz zu den hier gezeigten Beispielen, gerecht und gewissenhaft ihrem Job nachgehen und dabei wichtige Arbeit leisten. Aber schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen der Fälle ihr am heftigsten fandet und was ihr generell über die Polizei denkt. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.